Ah, hier hat sich Avery wohl eine Panikhöhle gebaut. Ja, wo die wohl hinführt? Mist. Wir werden es rausfinden. Das hier sieht nicht stabil aus. Ja. Da, frische Fußspuren. Sie müssen hier lang sein. Ganz schön viele Spuren. Machen wir lieber lang. Mist. So. Was war das denn? Ich wette eine Dienstleute. Die verwenden Dynamit, wo sie nur können. Ziemlich dämlich, das hier drin zu verwenden. Tja, die sind ziemlich dämlich. Hast du Ersatzbatterien? Ja, ja. Aber sie liegen noch... Oh, oh, warte. Äh, eine Art Todesfall? Äh, ja. Aber Sam und die anderen haben es geschafft. Machen wir es ihnen nach. Wäre gar nicht so schlimm, wenn es nicht so knarren würde. Geh einfach nicht, wo keine Fußstampfen sind. Was? Was? Ich bin nur gerade beschäftigt, nicht in die Luft zu gehen. Und entspannen. Huh. Helena, schau. Die Spur ist hier zu Ende. Vermutlich ist der Gang hinter Ihnen eingestürzt. Hey, lass uns das hier aus dem Weg räumen, okay? Ja. Verdammt! Da kommen wir nicht durch. Oh nein. Nur ein bisschen länger. Mist. Na los! Verdammt! Hey, hast du noch Sams Feuerzeug? Ja, gute Idee. Komm schon. Schon, komm schon. Klar ist das Ding leer. Auf dem Scheißboot hat er wie ein Schlot gequalmt. Ganz ruhig. Ich hab noch Streichhölzer. Wirklich? Na klar. Na, bitte. Oh, sorry. Ähm, Moment. Hallo? Hier drüben! Hier drüben! Danke, du warst gut vorbereitet. Irgendwer muss das sein. Komm, suchen wir einen Weg. Romantische Beleuchtung, was? Schon komisch, was du romantisch... Sieht vielversprechend aus. Räuberleiter? Ja. Na komm. Okay, los geht's. Okay, und jetzt du. Okay, danke. Vorsicht, Kopf. Ja. Vorsicht. Das ist unheimlich. Sag Gasse. Sieh mal. Avery hatte noch Galgen über. Übrig. Was? Man sagt übrig. Sicher? Ja. Tja, niemand war klugscheißer. Bist du okay? Ja, ich glaub schon. Was war das? Eine Falle. Avery wollte wirklich nicht, dass jemand hier runterkommt. Okay, pass auf dich auf. Ich? Du bist doch da aufgetreten. Gut. Verdammt. Verdammt. Bist du okay? So weit, so gut. Bleibe lieber ein Stückchen zurück. Ja. Bist du okay? Naja, jetzt wissen wir wenigstens, was vorhin explodiert ist. Verdammt. Ja, ein Wunder, dass wir gar nicht gerade eingestürzt ist. Verdammt. Oh, Mist, doch. Mehr Mumien. Explodieren, okay? Okay? Oh, Mist, doch mal. Das kann nicht gut für die Lunge sein. Gut, wir haben die Spur wieder. Die Fußspuren führen da lang. Mach dich auf Ärger gefasst. Oh, bin ich immer. Hey, soll das eine Handspielung sein? Nein, komm bitte runter. Komm du doch runter. Wir haben wohl nicht richtig aufgepasst. Hier ist keine Spur von Sam. Elena, runter! Mach dich, mach dich, und alles zugleich. Los, los! Der Sohle, ein Tuch! Et der Versuch! Et der Versuch! Los! Entkippen! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Achtung! Oh, Gott! Was ist das? Was ist das? Seinen Weihnachtsbaum möchte ich lieber nicht sehen. Wir sind wohl auf einem anderen Weg als Sie. Ah, hallo. Hey, das geht also einmal rund? Sieht so aus. Er hatte seinen Kampf gegeben. Ja, Two's Manor gegen Avery's. Entschuldigung. Hallo. Irgendein Schlüssel. Was ist mit dem Zettel? Oh, klar. Er stammt von Two und seine Leute. Mit dem Schlüssel kommen wir hier raus. Sehr gut. Hm. Hier hinten sind Symbole drauf. Dann suchen wir mal das Schlüsselloch. Ach, Mann. Verdammt. Ah, bin okay. Ah, explodierst du jetzt? Huh? Nein? Wow. Vertrauen war für den Kerl echt ein Fremswort. Wow. Go, 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 go! Okay, okay. Fast das? Ja, okay, gut. Danke. Danke. Oh, ich hab Druck auf den Ohren. Ja, es geht eindeutig runter. Okay. Noch eine gute Falle. Ja, und keine Fußspuren hier. Okay, das war ein guter Anfang. Folge mir einfach, okay? Sei bloß vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Sagt der Kerl, der jede Mumienbombe hier unten ausgelöst hat. Ja, weißt du, ich habe nicht viel Erfahrung mit Mumienbomben. Danke. Ja, geschafft. Leck mich, Avery. Da kommen wir raus. Ja, sieht so aus. Avery hat ja an seinen Feinden gerne ein Exempel statuiert. Ja. Lass uns hier vorsichtig sein. Schlüssel noch. Schlüssel. Warte, wenn's eine Falle ist? Ja, aber ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Oh. Aber ich hab ein ganz gutes Gefühl. Ja? Dann los. Ja. Dann los. Ja. Ja. Siehst du? Wenigstens wurden wir nicht in Stücke gesprengt. Mist. Du hast nicht zufällig ein Messer dabei, oder? Nein. Aber der da hat ein Schwert. Los, hilf mir Schwung zu holen. Los, hilf mir Schwung zu holen. Neid. Nein. Schnell! 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 Los! Schnell! Schnell! Komm weiter! Komm weiter! Komm weiter! Schnell! 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 Schnell!